In einem SUV wie diesem Hyundai kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. In diesem Hyundai verfügen Sie über eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Unter der Vielzahl an Extras fallen auf ABS, Nebelleuchten und Tagfahrlicht. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Wir zeigen Ihnen dieses Auto gerne. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020